Willkommen bei OneAppaDay. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Bei 64 Gesamtbewertung, eine Durchschnittssternebewertung von 4,3 von 5 Sternen und wo haben wir denn die Galaxy Watch 5, auf der habe ich es wie immer getestet. 350 Kilobyte große, aktuelle Version Nummer 1.0.4. Pilot oder Pilot ist ein minimalistisches digitales Ziffernblatt für Wear-Wars-Geräte. Dies sind die aktuellen Funktionen des Ziffernblatts. 12-24 Stunden Anzeige, 4 Index-Style, 4 Schriftstile, 30 Farbthemen oder Themes, 3 Zeigerstile, 2 anpassbare Komplikationen, Unterstützung von Always On Display, 4 Schattierungen für den Index und das Watch Face ist mit allen Geräten mit Wear-Wars 3.0 und höher kompatibel. Ihr habt in der Mitte so eine, ja die digitale Anzeige darüber und darunter jeweils eine Komplikation, zum Beispiel Datum und Batterie oder Datum und Mondphase oder was auch immer. Und rundherum, ja wie ein analoges Ziffernblatt und da läuft der Sekundenzeiger. Das ist cool gemacht und ich persönlich finde das auch ziemlich hübsch, das Watch Face. Und mehr gibt es zu diesem Watch Face eigentlich auch tatsächlich dann doch nicht zu sagen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatalk, gplus.deo slash oneappatalk oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatalk. Das war One App A Day.